Thorin und ich haben uns den Computerexpress kennengelernt. Ich war im Verkauf und er war in der Technik. Ich kam zwei Monate vorher. Es war ein kaputtes Team dort. Aber wir haben dann ein wenig zusammengespannt. Er war in der Technik und ich habe das Päzis repariert, das ich angenommen habe. Ich musste seine Reparaturen den Kunden rausgeben. Und er musste wieder ein Gesicht hinnehmen, wenn die Reparatur am nächsten Tag wieder zurückkam, weil es die alte Scheisse repariert hat. Im Computerexpress, was ich noch weiss, der Schriftlater hat auch immer Kuhs importiert von China. Das war alles voll von diesen Kuhs. Du hattest da Club-Szenen in der Gegend. Und zum Teil sind wir einfach dort, da übernachten auf den Kuhs. Wenn ein Kunde ein kaputtes Mainboard hatte, dann habe ich das angenommen. Und dann habe ich das hinterher geholfen. Und Technik hat stattdessen, dann haben sie so ein Pünktchen drauf gemacht. Im Office gibt es diese Klebpünktchen. Dann haben sie ein Pünktchen drauf gemacht, wieder in die Schacht und wieder vorne ins Lager. Und ich habe dann das wieder verkauft, am nächsten Kunde. Und dann gab es manchmal die Fälle, als der Kunde zurückkam und gesagt hat, das Mainboard ist kaputt. Dann habe ich es aufgemacht und gesehen, scheisse, es hat fünf Pünktchen drauf. Und das hat uns schon wirklich geprägt, dass wir gesagt haben, hey, das ist wirklich nicht nachhaltig, die Kunden nehmen und dann einfach wirklich so abzusocken, sondern die Kunden, die wir einmal gewinnen, wollen wir, dass wir die nicht mehr verlieren. Und was für uns offensichtlich war, ist, dass man das besser machen kann. Ich habe dann das Studium angefangen und Oli hat aber noch weiter dort gearbeitet und hat dann quasi all die Waren, die unsere Digitec-Kunden verkauft haben, zuerst können wir im Computerexpress einkaufen. Es war nicht ein klarer Anfang in dem Sinne, sondern zuerst haben wir Computer verkauft an Bekannte und Verwandte. Dann haben wir den Onlineshop gemacht. Und haben das Büro an der Seebahnstraße untergemietet, im Architekturbüro. Der Vermieter dort war eigentlich noch easy drauf gewesen und hat uns die 25 Quadratmeter untervermietet. Ohne richtige Türen, es hatte nur so eine Schiebetüre. Und dort haben wir dann gestartet. Ja, es war es traurig, dass wir am Anfang gar nicht unbedingt welche Kunden zu uns kommen. Also wir haben einfach den Onlineshop aufs Netz gestellt und dann irgendwo das Büro gemietet. Wir wollten eigentlich nicht, dass die Kunden zu uns kommen und Fragen stellen. Oder das Zeug abholen. Und wir waren irgendwo im 9. Stock an der Seebahnstraße. Und die Adresse ist zwar irgendwo im Impressum gestanden, aber es ist nie etwas davon gestanden, dass man das Zeug bei uns abholen kann. Aber plötzlich sind einfach die Kunden bei uns im Büro gestanden und haben die Fragen gestellt. Und kann ich das jetzt abholen? Und ich hätte gerne das und das. Und wir so, äh, sorry, es ist kein Verkaufslokal. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es wirklich halt ein echtes Kundenbedürfnis ist, dass wir das Kunden in Auge abholen können. Und das ist eigentlich der Startschuss gewesen. Wir haben ja ab 9 Uhr geöffnet gewesen. Und ab 9 Uhr sind die ersten Kunden und Lieferanten dort gestanden. Und Oli ist einfach eher am 10 Uhr gekommen. Und somit hat dann der Architekt die Kunden und Lieferanten empfangen. Zuerst war das Zimmer komplett voll mit Gehäuse bei so einer Decke. Und dann sind die Gehäuse so in Gang rausgewachsen. Und ich weiss, wenn der Architekt nicht mehr noch zu uns kommt und sagt, hey Jungs, ähm, wir haben hier noch ein Büro und einen Gang und wir haben auch Kunden und so. Und es sieht einfach nicht so gut aus, wenn wirklich im ganzen Gang einfach die Computergehäuse stehen. Und er hat gesagt, ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn er auch eine andere Lösung suchen würde. Dann sind wir an die Baslerstrasse. Dort haben wir das erste halbe Jahr, Jahr haben wir uns eigentlich noch keinen Lohn ausgezahlt. Praktisch. Der Florian hat die Produkte ausgewählt und erfasst und ich habe sie dann eingekauft. Und wir waren ja eineinhalb Stunden am Telefon für eine Bestellung, oder? Ja. Dort hast du noch in jeder Position noch 50 Rappen sparen oder so am Telefon. Hat es sehr gelohnt. Wir hatten kein Budget, wir haben eingekauft, was wir gebraucht haben. Mit der Zeit haben wir schon kleine Lagerbestände genommen. Wir sahen, dass etwas viermal in der Woche verkauft worden ist. Aber vielleicht noch eins zusätzlich genommen, oder so. Aber mit sehr tiefem Risiko. Und das hat dann... Irgendwann haben wir dann dort eine Routine programmiert, wo das System selber den Vorschlag gemacht hat. Wir haben gemerkt, dass es so viel verkauft wurde, dass es den Bestellvorschlag gemacht hat. Aber aus der damaligen Sicht haben wir keine fundamentalen Fehlentscheid getroffen. Und was wir auch... wirklich hatten, ist auch der Mut, um die Sachen anders zu machen als unsere Mitbewerber. Also wir haben zum Teil komplett andere Schienen gefahren als unsere wesentlichen Mitbewerber. Primär haben wir selber überlegt, was wir machen wollen, um die Situation möglichst richtig zu machen und nicht fest nach links und rechts zu schauen. Uns ist eigentlich egal, was die anderen machen. wir machen unser Ding. Auf Fastlosstrasse haben wir einfach noch Netzwerke, LAN-Partys gemacht mit den Mitarbeitern. Und eigentlich praktisch alle Mitarbeiter haben mitgespielt. Wir in der Support-Abteilung haben dann extra für den Event einmal auch PCs für das extra präpariert. Wir haben das für fünf Jahre verpflichtet und unser Unternehmen war eigentlich zwei Jahre alt dort. Und das war natürlich schon ein Rett von Muttergeschritt. Ich glaube, das ist die fast die riskanteste unternehmerische Entscheidung, die wir jemals getroffen haben. Und der zweite, was auch noch recht mutig war, ist, dass wir von 700 Quadratmeter im Westpark nachher das Zentrallager gesucht haben in Kleidertingen. Wir haben eigentlich so etwa 1'500 gesucht und dann in Kleidertingen hat die 3'000 gefunden. Und dann haben wir dem Vermieter verhandelt, dass wir im ersten Jahr nur die Hälfte zahlen. Aber nach drei Monaten war das Lager praktisch voll. Aber als wir dort reinkommen sind, in die Halle, 3'000 Quadratmeter, da dachte ich schon, oh shit, diese Halle müssen wir irgendwie bezahlen. Wenn es physisch wird, sind wir am Eindrücken. Ich spreche zusammen, ich habe nach Wollegang und sehe abartig viel wahr rumliegen und lege in viertel Stunde vom einen bis zum anderen und sehe einfach wahr, wahr, wahr. Ich denke schon irgendwie für das alles sind wir verantwortlich und für alle die Mitarbeiter, die da oben wusseln, auch. Aber sonst wird es einfach nicht so präsent, wenn man es in den Zahlen sieht, ist es nicht so eindrücklich. Die Eltern waren eigentlich lustig, meine Mutter hatte es so Schiss, wenn wir das Lager in Kleidetingen gemietet haben. Sie sahen dann mal und sahen die riesige Halle und sahen ihr das kalte Rücken abgelaufen. Ich sagte, spinnst du, es ist wirklich völlig hirnrissig, diese Halle zu mieten. Und ich habe natürlich hinten die Zahlen gesehen und wusste, das geht schon auf. Es ist nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auf geht, war dort relativ gross. Aber für die Eltern war das eigentlich schon relativ schwierig. Ich habe es nicht mit meiner Mutter besprochen. Das killt mich aus, gerade komplett. Ich habe es nicht dass wir das mit meiner Mutter nicht verpasst nehmen. an die gleichzeitig nicht verpasst, haben wir schon auf den Teich, alles wir Wir sind